So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute machen wir die 200er Knallmatte, den Feuerteppich mit 200 Schuss. Also vermutlich weniger, aber egal. Jetzt möchte ich bitten, den Assistenten ein bisschen weiter wegzugehen, weil das doch ein krasses Fett ist. Wir wünschen euch viel Spaß. Okay, das war der 200er Knallteppich. Recht lang, zwar leise, aber es ist ja nur ein kleiner Schienerknaller. Ich fand den ganz cool und ich sage, haut rein Leute und bis zum nächsten Mal.